Yeah, 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 wir schreien alle Z-E-R-O, Z-E-R-O, Zero, Mega Man Zero, so Leute, okay, soviel dazu, wir spielen weiter Mega Man Zero, rushen hier durch und versuchen möglichst viel, möglichst heil dieses Level hier zu schaffen und vor allem unser Retry nicht mitten im Level einfach zu verbratzen. Ich werde auch mal die ganzen Cyber-Elfs, die ich vorhin, die ich da gefunden habe in der letzten Aufnahme, werde ich mir auch jetzt wieder besorgen. Ey, ich schaffe es immer wieder dadurch und dann werde ich doch getroffen, genau wie da. Da, 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 weil in der letzten Episode sind wir von diesen, keine Ahnung, ganz Vieh, es erinnert mich ein bisschen an ganz, einfach eiskalt abgemurkst worden. Das war nicht so nett, deswegen. Why? Oh, wie dämlich. Nö, restart from safe game. Ja. Oh, wieso kommt der ganze scheiß Dialog da nochmal? Bla 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 Und weiter geht's. Hm. Trance. Ja, Leute, das haben wir noch gar nicht gesehen. Ey, das Lustige daran ist ja, das ist voll nicht schwer. Nein. Auch der eine Entwicklung war nicht schwer. Ich bin nur mit, glaube ich, fast gar keiner Energie da reingegangen. Aber hey, das ist nicht schwer. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Alles war nicht. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Wieso nicht gleich so? Menschen des Kinders, ey. Ist das eine Aktion hier? Ist doch alles nicht so schwer. Und was mache ich hier raus? Den größten Olymp des Jahrhunderts. Bums. Zack, zack. Ja, das war unklug. Wow, tatsächlich. Ich hab's mal echt intelligent gelöst gerade. Habt ihr's gesehen? Bam. So. Die scheiß Assgeist sind echt kein Problem. Oh. God damn. Blablabla, blablabla. Nervig. Ja, danke. Wieso fall ich denn jetzt die ganze Zeit hinten runter? Sackt. Leute, ist das ein schöner Anfang. Hm. Wow. Ey, diesen Transport-Server hier haben wir echt noch gar nicht gesehen. Den wollte ich euch übrigens auch mal zeigen. Wir müssen nämlich jetzt zum New Arcadion-Shrine. Mhm. Ja, wie gesagt, den kennen wir ja noch nicht. Dämlich, dämlich. Schalalalalalala. Zack, 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 zack. Diese scheiß Kröter sind immer noch die nervigeren Gegner. Denn die sterben nicht nach... ...mit einem Schlag. So wie die Geier. Aber naja, sie lassen wir ja auch beide genug. Hinterlassen wir beide auch genug. So, jetzt komme ich hier wieder durch. Ja, komm. Ja, komm. Ja. Okay, ich muss gleich direkt mal wieder aufladen. Ah, okay, schön. Na, willst du mir auch noch was da oben geben? Danke. Ey, was zum... Sie hatten jetzt überlebt. Dieses Mal nicht. Wie er jetzt nicht gestorben ist mit einem Schlag, fand ich auch toll. So, danke. Cyber-Elf. Cyber-Elf. Da war sogar ein Herzchen, Cyber-Elf. Das heißt, es ist wieder irgendwas zum Heilen. Und heilt Cyber-Elf sind mir immer noch die Liebste. Ich weiß, das habe ich schon 180.000 Mal gesagt. Und ich werde auch nicht aufhören, das zu sagen. Irgendwas zum Heilen? Ja. Tö, danke. Auf Kommando ist mir das immer noch am liebsten. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Da wäre es schon fast... Da wäre es fast schon wieder passiert. Wie ist mir auch einfach dann 8.000 Mal passiert. Der hat mich nicht berührt, sage ich jetzt einfach mal wieder. Einfach nur weil. Okay, zack, zack. Erster Mini-Boss. Der hat noch nicht mal eine Energieleiste. Puh. Lame. Hm. Ja, ob das jetzt mehr Schaden macht, ist natürlich so die... Frage. Ja. Bam, 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 bam. Naja, komm. Die können nix. So, schön. Oh nein, das ist ein Cyber-Elf. Na, komm, hör. Komm, hör. Komm, hör. Danke. Ein grüner Cyber-Elf war es. So, was sagt die Zeit? Okay, wir sind gut dabei. Ich will auf jeden Fall weiterkommen als beim letzten Mal. Denn das ist doch schon ganz schön scheiße. Sonst. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwelche Folgen hochladen muss. Ja, gut, ich muss es ja nicht, aber... Ich möchte doch nicht immer zu viel rausschneiden. Aber ich mag es auch nicht, wenn ich dann Folgen hochladen muss. Wieder muss. Na, egal. Wo einfach nix passiert ist an der Folgen. Aber... Das sieht ja doch gerade schon wieder und besser aus. Hier kommt wieder der Samurai der sieben Nächte. Los, wirf dein Schwert. Naja. Dreh dich nur. Funkelmariechen, fiel mir das eigentlich weh. Ja, scheinbar nicht. Ja, komm. Cool, ne? Wow, okay. Ja. Von ganz schön cool in ganz schön scheiße. Zack, da sind die Arme weg. Von ganz schön wagen und der explodiert. Komm, aber das war es immer noch nicht. Nein, es geht weiter. Denn an einen Gegner erinnere ich mich noch. Und der kommt, glaube ich, auch noch hier. Also der dritte dann. Und ich glaube, der dritte ist auch der letzte von diesem Level. Fiel mir allerdings unsicher. Wow. Ja, gut. Nödes Timing. Schön. Wow. Unschön. Zack. So, da oben ist natürlich irgendwo da was versteckt wahrscheinlich. Oh nein. Das erinnert mich hier gerade wieder an etliche Classic Megaman. Naja. Oh, das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Und da hoch. Ah. Okay, und dann? Dann und dann und dann und dann. Ja. Ja. Und dann da hoch. Okay, und dann da hoch. Dann da oben. Okay, sollte machbar sein. Zack. 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 Und zack. Schön. Da hoch. Ja. Dann da. Mhm. Oh, rechtzeitig springen. Na, das war dann Spaß. Okay, scheiß drauf. Einfach hier hoch. So, und das müsste jetzt der finale Boss sein. Also von diesem Level. Nicht der finale Boss überhaupt, aber. Nein, da hinten geht's immer noch weiter. Du brichst dir ins Heiligtum von Meister X ein, glaube ich. Hi, Herkulius Ankurius. Geiler Name. Irgendwie Herkulius Ancortus. Ein Grieche. Will eliminate you. Hallo, Jan. In the name of Harpuya. Guardian of Mar... Schon wieder einer von Harpuya. Was ist denn mit hier, der... Keine Ahnung, wie sie hieß. Jetzt hab ich schon verraten, dass das ein Mädchen ist. Na, egal. Ich hab Ruiz, ja, honnend. Beslashed. Blablabla. By my soul. Der hat, glaube ich, ebenfalls Eishalzschwäche. Aber wir haben ja eh nur das Donner-Schwert. Nee, der hat... Oder hat der ja sogar Elektro-Altzschwäche? Nee, hat er nicht. Aber sowas von nicht. Der Typ ist selbst Elektro. Das klappt ja gut. Ein Versuch noch. Oh, nö, Leute. Moment. Oder... Ich bin noch nicht bereit dazu. Moment mal. So. Sicherheitshalber. Hab keinen Bock, den ganzen Weg immer nochmal zu laufen. Blablabla. 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 Tü. Tü. Aha. Ja, toll. Zack. Okay, ich versuche jetzt... Vielleicht echt, ich hasse Safe-States, müsst ihr wissen. Und ich möchte auch nicht darauf zurückgreifen müssen. Deswegen hofft mit mir, dass ich es schaffe. So sieht das doch schon wirklich besser aus. Wow. Okay, ja. Bam. Wow. Okay, das war knapp. Das war unvorwichtig von mir. Doch, das schaffe ich. Okay. Safe-State, ey. Zü. Safe-State. Wir brauchen schon Safe-States. Wer braucht schon Safe-States? Ich sage es gerne nochmal. Das war jetzt aber scheiße. Was soll das? So. Normal. Ich habe den auch noch getroffen. Er hatte nur noch einen Strich und ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. So etwas akzeptiere ich nicht. Das finde ich... Das fand ich jetzt nicht so fair. Oh, könnte ich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ach ja, stimmt. Ah, ich vergesse es immer, wenn ich... Ich kann hier eine... Wow. So ein Triple-Perform. Okay, aber was ich jetzt hier performe, ist... Einfach nur ein Scheiß. Wow. Okay. Zack, geht doch. War das jetzt so schwer? Nee, war es nicht. Und endlich mal wieder einen zerteilt. Das freut mich doch. Mission Complete, wollte ich schon sagen. Danke. You got Cyber-Elf. Schon wieder eine grüne. Dabei finde ich die gar nicht so cool wie die roten. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Du hast disturbed the area. The transfer of near a current position has been activated. You should return to base. Now I take the rest. Ja. Kehr zur Basis zurück und ruhig ein bisschen aus. Ja, das sehe ich gar nicht ein. Ich habe den eben gleichzeitig besiegt und nicht schon tot gegangen. Nö. Das habe ich nicht eingesehen. Speedstar. Schon wieder Speedstar. Seht ihr immer wirklich so schnell? Zero, promise me that you will not try to push yourself to heart. Ja, nimm dich selbst nicht zu heart ran. If something happens to you, I can... Wenn irgendwas mit dir passieren würde. Ich könnte nicht... Bitte versprich mir das. Können wir speichern? Was? Ah, okay. Ja, speichern. Ach, meine Fresse. Endlich mal wieder ein Erfolg hier. Okay. Auch wenn vielleicht damit im Safe State. Aber wie gesagt. Ich bin gleichzeitig mit ihm K.O. gegangen. Und keinen Bock, den gleichen Weg nochmal zu laufen. Nö, nö, nö. J.J.R.I.D. 111. Gucken, haben wir irgendwas besonderes Neues? Ja, da unten. Tatsächlich. Hauen wir den mal raus. Und hauen wir den da unten mal rein. My power will help you... Help... Heal you. Ja. Schön. Brauchen wir. Vor allem, merkt ihr, wie die ganzen... Roten Elfs eigentlich einfach... Die da einfach nichts dazukriegen. Toll, wir haben keine Kristalle. Mein Hals. Na, egal. Okay. Ich sehe ja schon die ersten Leute. Ey, ich finde es scheiße, dass du Safe State benutzt hast, Alter. Ey, Pussy, Alter. Was soll das? Ja, aber... Ich bin gleichzeitig K.O. gegangen. Nö. Da bin ich jetzt ganz eklig zickig. Aber Leute, bevor wir weitermachen, mache ich ja einen Schnitt. Das war Mega Man Zero für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.